Yo, liebe Freunde und Freundinnen, wir sind wieder zurück. Herzlich Willkommen bei... Ich hab Munition! ...bei Shoveen Pinhead und... Alter, jetzt geht's nochmal los. Ich sehe zu, ob ich noch was finde. Okay, cool. Wow. Wow. Oh ja. Ja, dankeschön. Ich geh mal kurz rein. Glüh. Oh Gott, diese Geräusche, weißt du? Nein, 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 nein. Nein, nein. Ist schon richtig. Wir sehen, deine Mutter geht mir die 10 auf Kriegs. Ah, scheiße. Deine Feinde allerdings auch. Ah, toll. Oh, 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 oh. Sie singt so schöne Lieder. Sie singt, wir singt. Sie singt so Werk. Ach. Sie singt, wir singt. Danke! Da komm! Da komm! Das war's! Das war's! Ja, da ist die Wundstück! So, wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie? Oh, ja. Mach ich. So, Salz, 100%. Erstmal shoppen. So. So, wo ist Mutti? So, wo ist sie Mutti? Da. Alter. Okay. Halleluja. Ich fahr da nur los. Ne, Moment. Erstmal wieder meine andere Geknifte. Polen. Äh. Da. Bäh. Was? Okay. Schlusslich. Aber egal. Schlöpfchen drücken. Ja. Verlassen. Pam. Gut. Dann machen wir noch das nächste. Dann würde ich aber sagen, liebe Freundinnen und Freunde, äh, machen, also nach dem, nach dem nächsten Lady Comstock, wir wecken deine Erinnerungen auf, äh, würde ich sagen. Äh. Hä? Okay. Okay. Hä? Nein. Öffne den letzten Hiss. Hä? Muss ich denn da hin? Gut, da ging's ran, ne? Ah, nee. Gut. Ich's aufgeregchen ist. Gut. Hopp. Wollen sie ihn jetzt hin? Ach, da hinten? Hm. Oder? Nee. Ich finde den letzten Hiss. Moment. So, ich guck jetzt einfach mal durchgehend, wo der mich hinbiegen will. Okay. Hier hin? Sekunde. Okay, der... Der will, dass ich da hochgehe. Jetzt da gehen. Hä? Hä? So, ich hau mal die Bremse rein. So, lustigerweise kann ich hier nicht den Hiss öffnen. Hä? Was hat er hier? Da. Boah, meine Güte. Du wirst nicht, mein Kind. Ja, ja. Vielleicht ist da ja was zu hares dran. Wer weiß. Boah, was ist das auch ein Arsch. Das ist halt... Huh. Hier sieht er noch. Kommt der Spiel verrückt. Das er selbst seine eigene Frau dazu, sagen wir mal, missbraucht. Um... ...seine Ziele halt durchzuführen. Das ist halt schon ein bisschen was Größenwahnsinniges, würde ich mal sagen. Lassen Sie sich hier ablichten, alles klar. Okay. Wir finden nun wieder da. Gut. Ich mache Mucke mal aus. Eh. Was sagen? Eilverwand? Da ist noch ein Riss, aber wir gucken uns hier erstmal um, bevor wir irgendwas machen. Oh, Schlossknacker. Siehst du, es sind immer nur 30. So ein Schmarrn. Oh, Schneecker, junger Mann. Was sind denn alles so... Ah, Screenshots. Vom Spiel gemacht. Hier, für die Kasse. Zit. Dankeschön. Ja, das sind alles so Screenshots aus dem Spiel auf alt gemacht. Ich glaube, das sind echte Bilder. Die sehen so ein bisschen echter aus. Das ist echt. Das ist wieder aus dem Spiel. Das ist echt. Das sieht echt aus. Das auch. Aber gut, das ist alles immer dasselbe. Aber die beiden könnten Fake sein. Das ist auch echt. Lustigerweise siehst du hier halt keine echten, äh, keine richtigen Gesichter. Also du kannst sie nicht so gut erkennen. Daisy Fitzroy? Sehr gut. Okay, was? Okay, was? Hä? Was? Rupert, sie sind seit sieben Tagen tot. Oder auch nicht. Wer weiß. Okay. Verschleckst du dich da? Nein. Oh, was? Wie? Ach, da. Mhm. Jupp. Dankeschön. So gut ist der Guess. Ja, ja. Mann, der hält aber ne Menge aus. Jupp. Dankeschön. Mühe ist Ruhe. Die Lutesses. Und jeder, der die Wahrheit kannte, wäre besser gleich mitgestorben. Ich bin gar nicht seine Tochter. Ich bin nur ein... Ein Test-Subjekt, das man untersucht. Nein, bist du nicht. Elisabeth, hör mir zu. Was du durchgemacht hast, das hat niemand auf der Welt verdient. Luca... Wir kommen hier weg, verstehst du? Und dann musst du nie wieder zurückschauen. Das wird wahrscheinlich nicht so einfach werden. Alter, das Gesicht. Total zerstört. Ja, nee, tschuldigung. Alles gut. Ups, nein. Alte Tasse. Kannst du nicht Navi machen? Warum nicht? Das Tor, kommst du? Gehen wir zum Tor. Okay. 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 Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nee, mit dem Ding, den kann ich gar nicht gut. Hmm. Äh. Hä? Oh ja. Mosquito. Kärdermit. Oh, der kann mir gar सüht halten. Ja. Oh nee, keine Munition. Gib mir noch ein bisschen. Okay. Oh. Was? So, wo ist Muni? Wo ist Muni? Oh Gott, oh Gott, das wäre mit zu viel. Hup. Alter. So, die ganze Zeit nur hin und her gehen. Warum kann ich nur einmal schießen und nicht zweimal? So, wo ist Muni? Da. Jopp, jopp. Upa, Achtung! Ich danke dir. Oh, Mist. Nein. Ey, das gibt's nicht. Ach, das sind doch Automaten. Ich dussel. Schadensbuß. Ich habe ja jetzt genug Kohle. Bam, komm. Schadensbuß. Weniger Rückstoß. Schadensbuß 2. Größere Radius. Weniger Rückstoß. Hm, hm, hm. Ich weiß zwar nicht, welche Knifft ich da gerade in der Hand halte, aber egal. Äh, Schadensbuß. Oh, cool. So, völlig aufgepippt. Die Kniffte. Gibt der noch was? So, Gesundheit. Das Salz ist voll. So. Das war's. Okay. So, wo ist Moody? Wo ist dein Moody? Alter, ich hab ein ganzes Magazin in sie. Reingeht's immer. Jetzt aber klar! So. So, die dürfen alle vertreten. So, Moody. Alter. Ja, danke schon. Gibt's doch. So, wo ist er? Yes! Ich schulde dir eine Entschuldigung. Comstock benutzte mich, um dich zurückzuholen, aber ich holte eine Version, die meinem eigenen Bild von dir entsprungen war. Ich schulde dir vor, dich zu lieben, wie er es mit mir gemacht hatte. Bastard! Ich bin nicht der Bastard deines Mannes. Ich bin sein Opfer. Aber meine Tage als Opfer sind vorbei. Wir müssen uns verzeihen. Denn einer ist viel schlimmer als du oder wir. Der Prophet hat mich getötet. Weil du sein Geheimnis nicht wahren wolltest. Über mich. Wenn das stimmt, warum lebe ich da? Du lebst nicht. Nicht in dieser Welt. Aber vielleicht bist du in einer anderen, in der du ihn nie getroffen hast. Oder ihn gerettet habe. Ich weiß nicht. Ist das möglich? Finde es heraus, Kind. Finde es heraus. Wow. Okay. Wow. Respekt. Aber bevor es losgeht, ich gehe noch mal kurz Money holen. Und wie immer werden wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin wünsche ich aber einen Trauer und Vertrag bei dir liebe Freunde und Freunde. So. Ich kaufe mich noch mal ein bisschen was ein. Ähm. Da. So. Mehr brauche ich glaube ich nicht. Okay. Gut. Und dann würde ich sagen. In der nächsten Folge geht es weiter mit. Der Comstock Bank. Oder mit dem Haus Comstock. Ich habe keine Ahnung. Bis dahin. Ciao. Euer Gary. Tschüss. Wenns. Äh. Ich gibt garanterka Christians. Happy to have her.